Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest bekannt und berühmt. Die ist einfach abschließbar bei Unatos in Fall Draken an dieser Stelle, also nicht ganz oben auf dem Turm, sondern wenn man hier hinein läuft auf der linken Seite. Was gibt es für diese Quest? Einmal ein Titel, Verbündete der Drachen und so ein Item, wo ihr euch Ausrüstung mit Item Level 395 bis 405 erstellen lassen könnt. Aber was müsst ihr machen, damit ihr zu dieser Quest kommt? Ganz einfach, Vertrakenabkommen Ruhm Stufe 30. Eine heroische Belohnung, das war diese Seite für die Wüstung und Teil des Abkommens ist der Titel. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.